Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf die Pyroplost HD. Wir testen heute den Gold Dragon Vulkan von PyroStar. Ein ziemlich hoher Vulkan. Hier im Vergleich mal ein Cobra Böller. King Cobra. Also im Grunde ist er ziemlich groß. Mal schauen wie er wird. Gold Dragon von PyroStar. Gold Dragon Vulkan. Sehr schönes Teil, muss ich schon sagen. Schön hoch. Ja.